Okay Leute, wir sind stehen geblieben hier im Larai Riff, in den Ruinen. Und... Ah, okay, cool. Hier ist gerade eine Tür aufgegangen, obwohl ich nicht wusste, was ich gerade getan habe. Okay, hm, gut. Schauen wir weiter. Ah, okay, hier kann ich mich verwandeln. Was ist das? Schaut irgendwie aus. Okay, hier kann ich nichts machen. Ich schau mal ins Portal rein, verwandle mich. Äh, ja, verwandeln. So, okay. Es ist bei mir jetzt schon ein paar Tage her, seitdem ich gespielt habe. Okay, ich schau jetzt einfach mal, wie es geht. Ah, okay, ja. Ähm, so. Ich brauche... ...eine Statue. Ha, okay. Und... Ich glaube fast. Hier geht's weiter. Hm, 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 hm. Äh, Statue B. Ich glaube... Ah, okay, hier geht's weiter. Hoffe ich doch mal. Ah, okay. Oh Gott. Äh... Äh, das hier noch... Oh Gott, das ist ein Boss. Ich muss mich jetzt... ...verletzen. Hallo? Oh... Irgendwie... ...habe ich gerade keine Ahnung. Ah, okay, jetzt kann ich ihn verletzen. Oh Gott, Scheiße. Ähm... Wow, was macht der? Was macht denn der? Äh, ich nehme lieber mal schon eine Heilkraut. Oh Gott, da stelle ich mich dämlich an. So. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht ganz so viel reden kann. Denn ich versuche mich hier ein bisschen zu konzentrieren. Ja, jetzt steigt er wieder aus. Okay. Na gut, wenn man mal das Bewegungsmuster... ...draus hat. Das ist nicht mehr ganz so schwer. Scheiße. Hallo? Ähm... Ich möchte ihn bitte angreifen. Ha! Okay. Nachher ist er nicht geschafft. Äh, nachdem der... ...demot verschwindet, kehrt will er in seine ursprüngliche Stadt zurück. Ah, okay. Ich habe ihn also als Ritter machen müssen. Gut, dann schauen wir, was uns... ...erwartet. ... 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 Okay, ich bin König und habe eine Königin. Cool. Na ja. Oh, Königin. Ey, was ist denn hier los? Warum bin ich hier ein König? Oh Gott, und das ist die Königin? Ihr seid am Leben, gut. Sicher wisst ihr schon, dass ich es bin, die seit langer Zeit die Windstatue beschützt. Es ist die Statue, die euch die Götter als Belohnung haben. Sie ist in der Juwelenschatulle im Lager unter uns, seht sie selbst nach. Ähm, wieso ist die so alt? Ich habe die Hoffnung, dass sie eine junge Königin ist. Was sagt der hier? Okay. Okay, gut. Ich weiß nicht, warum ich hier als König gesehen werde. Auf jeden Fall. Habe ich zwei Inka-Statuen für eine mystische Statue ausgetauscht? Sozusagen. Ah, okay, das sind diese... ...die Statuen, die ich eigentlich insgesamt suchen muss. Okay, das war die erste von sechs. Schauen wir mal. Gut. Ähm... Jetzt ist der hier weg. Schau ich mal hoch. Kleiner König. Schaut, das Schiff fährt aus der Höhle heraus. Okay. Nice. Ähm... Das ist das Licht, wie ein Beginn eines neuen Lebens. Und nun kamen die Tyrannen auf die Idee, eine solch schöne Welt zu zerstören. Ja, äh... Ich will hier wieder... ...an Land. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier machen soll. Okay, hier geht's nicht weiter. Ähm... Ich schaue noch mal zur Königin. Vielleicht zockt die mir was. Was? Da ist er. Ah. Okay. Ne, was geht hier ab? Ich weiß nicht, was ich tun muss. Vielleicht hier oben irgendwas. Ah, okay. Ich geh schlafen. Oh, ich bin wieder daheim. Schauen wir mal. Mo... Mo... Mutter? Schau zum Himmel und bewundere den Kometen. Nach all den Jahren nähert sich nun der Komet. der Erde und verschwindet dann wieder. Einige sagen, es ist ein guter Stern. Andere reden von der Apokalypse. Will, was meinst du? Äh... Ich weiß nicht. Es hat beides doch so ein paar... Ah, ich sag mal, es ist die Apokalypse. So sei es denn. Lass uns hoffen, dass der Stern uns verschont. Will, ich werde immer über dich wachen. Mutter... Okay... Was ist aus dem goldenen Schiff passiert? Will! Will, wach auf! Du hast dich merkwürdig verhalten, also folg dich dir. Ah, das ist der Lernst wieder cool. Ich durchquerte ein merkwürdiges Dorf. Urteile nicht zu früh. Ich wurde dort geboren. Das ist aber merkwürdig. Es ist doch unsichtbar. Will, das nächste Mal gehst du nicht, ohne uns vorher zu informieren. Freunde müssen doch zusammenhalten, in guten und in schlechten Zeiten. Der alte Mann im Dorf sagte uns, wo du zu finden bist. Er prophezeite, dass du allein auf dem Meer treiben würdest. Okay. Ähm... War das jetzt alles... Was ist da passiert? Ich blick grad gar nichts mehr. Also die Statue habe ich. Aber aus dem goldenen Schiff ist... ein Trümmerkahn geworden. Schön. Ah, das sind die anderen auch. Ich war überrascht. Oh, du bist es, Will. Mach mir bitte keine Angst. Ähm... Ähm... Okay. An Bord des Schiffes habe ich ein seltenes Juwel gefunden. Ich schenke es dir. Ein rotes Juwel. Ähm... Können Sie mir mal bitte sagen, was diese roten Juwele zu bedeuten haben? Ah, aber es fehlt aber eine. Hm... Da habe ich schon geschaut, oder? Oh mein Gott. Mein Kurzzeitgedächtnis. Hm, hm. Okay. Und jetzt? Oh, okay. Sie...